Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 14. März 2017. Hier ist der Geek Talk Daily, Martin Pogipsi-Rechsteiner und ich habe die folgenden Themen für euch mitgebracht. Malware, Rekordjahr 2016, Surface Studio, 100.000 US-Dollar, Mobileye, Uptime, Jeansjacke und Messenger. Beginnen wir doch gleich mal beim allerersten. Malware, das ist so ein Zeugs, was man sich normalerweise bei der Nutzung von Geräten runterholt. Und das geht aber auch anders. 38 der ausgelieferten Geräte, betroffen sind da Hersteller wie Samsung, Asus und Google, wurden schon mit Malware ausgeliefert. Das nicht im Original-ROM vom jeweiligen Hersteller oder vom Android selber, sondern auf dem Vertriebsweg, sprich irgendwelche Apps, die da halt andere drauf wurzeln. Ziemlich hässlich. Noch viel hässlicher ist, dass sechs der betroffenen Smartphone, also sechs von 38, sogar neu geflasht werden mussten, weil die so verseucht waren. Ziemlich hässlich, ziemlich unschön. Schaut euch den Artikel auf daily.geektalk.ch an. Da haben wir das Ganze verlinkt. Dann kommen wir zu Tech-Übernahmen. Im letzten Jahr haben wir im Geek Talk, im News-Format, immer wieder mal von grossen Übernahmen gesprochen. Da waren einige Namen mit dabei, wie Qualcomm, Microsoft etc. Und insgesamt wurden anscheinend 467 Milliarden US-Dollar in Übernahmen investiert im letzten Jahr. Soweit zumindest laut Ernst & Young. Eine kleine Zusammenschrumpelung der ganzen Zahlen. Sehr spannende Zahlen. In ein ähnliches Gefilde geht ja ein weiteres Thema dann ein, auf das ich heute noch eingehe. Surface Studio. Das Teil durfte ich ja am letzten Donnerstag, auf Freitag, ein bisschen genauer anschauen, als ich bei Microsoft in München war. Ein sehr schickes Gerät. Wie man es von iMacs und ähnlichen hochwertigen Displays her kennt, gibt es da auch Ausschussware. Anscheinend ist jedes zweite Surface Studio Display, was nicht durch die Qualitätskontrolle bei Microsoft kommt. Ziemlich hässlich, aber ja. Leider gibt es solche Dinge bei so vielen Pixeln, die da drauf gehen. Was sind das? 4.500 mal 3.000 Pixel in einem 28 Zoll Display sind natürlich nicht ohne. Dann gehen wir über zu den 100.000 US-Dollar, die ich vorher erwähnt habe. Diese kann man sich nämlich erwirtschaften, wenn man eine besonders hässliche Lücke in 1Password, den Password-Manager, findet. Da wird nämlich aktuell zwischen 100 und eben 100.000 US-Dollar ausgegeben für Sicherheitslücken, die da drin zu finden sind. Für mich sind solche Geschichten, Google macht ja das auch und viele andere Hersteller, immer wieder eine sehr spannende Angelegenheit und vor allem eine sehr praktische Angelegenheit. Denn da weiss ich, dass vielleicht der eine oder andere Hacker oder findige Lückenfinder sich sowas nicht an zwielichtige Gestalten verkauft, sondern eher am Hersteller und somit für mich dann gefixt ist, ohne dass da wer anders eingreifen kann. Vor hatte ich es ja von diesen grossen Übernahmen. Eine sicherlich nicht allzu ungrosse Übernahme fand jetzt auch statt, nämlich durch Intel bei Mobileye. Das ist ein israelisches, nee, ein jerusalemisches Startup. Ein Startup aus Jerusalem, so rum geht es wahrscheinlich. Und die haben 15,3 Milliarden US-Dollar bezahlt für die Übernahme. Ich mag mich noch erinnern, das war im Jahre, jetzt muss ich kurz studieren, 2014. 2014, genau, da war ich ja in Paris, unter anderem an der IFS. Ein paar Artikel dazu habe ich euch verlinkt in den Shownotes. Da hatte Intel mir schon ein bisschen gezeigt, wo ihre Zukunft hinging und da war ziemlich viel in Richtung Auto mit drin. Könnt ihr da, wie gesagt, im Artikel nachlesen und die Übernahme zielt natürlich genau dahin. Sehr sympathisch. Ich bin gespannt, was da alles noch passieren wird in nächster Zukunft und ja, sollte mal wieder mich ein bisschen mehr rumchauffieren lassen. Gehen wir über zum nächsten Thema. Was haben wir? Genau, seid ihr einsam, allein, sucht Gleichgesinnte und möchtet mit ihnen YouTube-Videos schauen? Dazu müsst ihr euch jetzt nicht mehr groß bewegen, denn dazu gibt es jetzt neu von Google eine App. Die nennt sich Uptime. Damit könnt ihr nämlich mit euren Freunden YouTube-Videos schauen. Yippie. Muss ich direkt mal ausprobieren gehen. Aber nee, ich habe noch zwei, drei Themen für euch. Bei Google bleibt es komischerweise nicht an der Google I.O. vorgestellt. Ein Schelm, wer da böses denkt. Wer hat nächste oder übernächste Woche eine Keynote? Wenn da jetzt smarte Kleidung rauskommt, dann fühle ich mich bestätigt. Nee, Quatsch. Google und Levi's haben eine smarte Jeansjacke vorgestellt. Da haben wir einen Beitrag verlinkt bei uns in den Shownotes. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, ein Video gibt es dazu, wo ihr einen Mann mit der Jeansjacke seht, wie er auf dem Fahrrad fährt und dann wie wild an seinem linken Arm rumfuchtelt, von wegen Anrufe entgegennehmen, Musikstücke vor und zurück und solche Geschichten. Na ja, wenn Google das unter smarte Kleidung versteht, ich hätte da schon gerne ein paar andere Funktionen mit drin. Wenn wir schon gerade bei Google sind, Messenger, das haben sie auch nicht im Griff. Mittlerweile gibt es ja sechs an der Zahl von denen. Also, Allo, Duo, Hangout, Chat, Hangout, Meet, Hangout, Normal, Android, Messages. Vor kurzem gab es auf Twitter eine lustige, wie sagt man denn, einen Schlagabtausch? Nee, nee, einfach ein, haben sich zwei Google-Mitarbeiter unterhalten, wie das Ganze jetzt da funktioniert. Wer, welcher Messenger für was zuständig sein soll. Wenn ich mir so andere Messenger anschaue, die können irgendwie beides. Bei Google muss man da Spezialisierte haben. Das haben sich auch die Jungs und Mädels bei Android Pit gedacht und haben einen relativ längeren Beitrag über die Messenger von Google geschrieben. Gefällt mir der Beitrag und ja, mal schauen, welches Messenger-Teilchen dann bei Android 9.0 es auf die Liste schafft. Gut, dann habe ich keine weiteren Themen mehr für euch. Denn die Zeit ist rum und ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, gerne per Kommentar oder über Facebook, Social Media, wo auch immer ihr möchtet, Twitter oder Kontaktformular. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis bald schon wieder. Morgen nämlich genau zu sein. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.